Irgendwo hat das verbrannt gerochen gerade. So, wo wollte ich hin? Ich wollte mir ein bisschen Dekoration für das Hotel besorgen und zwar ein paar von diesen herrlichen, das ist auch süß, ja der kleine Ast hier. Das war von diesen herrlichen Ranken. So. Der wächst ja wieder nach von oben. Ich glaube hier unterirdisch ist auch noch einiges. Ja und zwar relativ nah. Und zwar muss auch Wasser irgendwo sein. Der wird doch wohl nicht im Schlossteich planschen. Ne, der hätte ich noch nicht gehört. Oder? Ach und du Ärmster. Die werde ich mal woanders hinsetzen. Der möchte ja auch mal groß werden. Stell ich dich mal da hin und du kommst, äh, du Andra, du kommst da hin. Ach, hier ist auch noch so ein verkrüppelter. Da bitte. Pro forma erst mal so, ne? Du kommst ja dann wieder weg. Keine Bange. Hm, ja, ach so, hier haben wir ja die Fensterbänke. Genau, das ist in Ordnung. Ach, da fällt mir übrigens was ein. Ich habe bei einem anderen Let's Play, ich glaube das war OXOA. OXOA Let's Play, OXOA Let's Play, eine meiner beiden Lieblingsgruppen. Hier, bei Minecraft. Im Moment, ne, kann sich ja alles wieder ändern. Ich kenne ja auch nicht alle, das kann man ja auch gar nicht. Wer kennt alle Let's Plays? Niemand. So, was passiert, wenn ich jetzt hier gar nichts passiert? So, da sind wir mal wieder am Ende etwas ratlos. Knochenmehl und schwarze Wolle. Müsste doch eigentlich Grau ergeben. Oder mache ich das? Aha, ich habe keine Ahnung. Ach nee, warum geht das jetzt wieder nicht? Oder geht das mit Knochen? Ne, das muss schon mal Knochenmehl sein, oder? Hier, aber das muss doch da, 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 das ist doch weiß hier. Müsste doch Grau ergeben. Okay, da gucke ich mal im Wiki nach. Oder ich frage bei BoxerLP nach, oder ich gucke mir da nochmal eine Folge an, oder waren die das überhaupt? Ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch ganz andere. Also, keine Ahnung, ich mache erstmal die Pranken da dran, äh die Ranken, nicht die Pranken. Mache ich noch, hm, 16. Ich könnte das Dach da noch einen vorziehen. Komme ich von hier besser dran? Und wie ist das? Ja, das könnte ich von hier direkt machen. Mache ich mal. Ist jetzt ein bisschen umständlich vielleicht, aber... Da tun wir dann das Dach da hin, und dann ziehen wir das ein bisschen nach vorne. So, dann sieht das alles ein bisschen, dann habe ich auch oben eine Mitte, ah. Äh, wieder zurück. So, habe ich dann noch so einen von diesen Fichtenstämmen, jawoll. So, okay. Das tun wir weg, tun wir das an den Rand hier. Und das kommt dann in die Mitte. Und dann können wir hier direkt auch noch einen hinsetzen, dass das symmetrisch ist. So, und jetzt versuche ich mal, was ich... ...ob ich die hier überall dran... ...kriegen kann, oder ob das nur an der einen Stelle geht. Schauen wir mal. Da geht's auf jeden Fall. Und da geht's natürlich nicht. Okay. Na gut. Reicht vielleicht auch so, oder? Oder ich mache das dann... ...ja, hätte ich jetzt dann... ...Steine... ...ich hole mir noch mal Steinchen. Da hat man nun ständig so viel Cobblestine. Aber wenn man mal welches braucht, dann ist keiner da. Wenn man mal welchen braucht, dann ist keiner da. Kein Cobblestine. So, wo kommt es dann? Ne, das ist Kies. Wieso habe ich so viel Kies? Wieso liegt der da oben? Kann ich den sowieso nicht unterscheiden. Den tue ich mal zum Sand hin. Da hatte ich ja auch schon welchen hingepackt. So. Jetzt machen wir das nochmal fertig da. Halt mal die Sonne so lange an. Das heißt, ich werde mal hier... ...auf dem schnellsten Umweg über das Dach hier gehen. Und dann werde ich mal hier mit Cobblestan... ...wir ihnen das so machen. Und dann können wir hier auch... ...die schönen Ranken da dran nehmen. Dran packen. So, wunderbar. Die sollen dann wachsen. Na, Vorsicht. Nicht, dass ich mir selber die... ...Erde unter den Füßen weggrabe. Aber erstmal machen wir das hier dran. So, die sollten jetzt also wachsen. Und dann... ...hört das so ein wirklich... ...schöner Vorhang. Aus. Achso, ja. Ich bin ja von ganz unten gekommen. Genau. Hier ist noch ein bisschen... ...von der Zeugs hier. Nehmen wir mal alles mit. Ach ja. Hier ist auch noch was. Was mache ich denn jetzt hier noch? Ähm... Gute Frage. Da muss ich mir noch was überlegen. So, hier könnte man natürlich auch in den Zimmern... ...unsere Formschönen... ...aber das machen wir beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein, liebe Minecraft-Freunde. Mit dem Let's Play Opa Spiel. Das ist... Ich habe viele Folgen heute. Und auch natürlich noch Folgen, die nicht bei mir spielen. Äh... Seht dieses... Porkchop-Media-Video an. Als... Bonus für 500 Abonnenten. Vielleicht sind ja dann 500 Abonnenten da. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mich gut betragen habe und... ...benommen habe bei Porkchop... ...reicht es vielleicht gerade so für die 500. Und dann... ...guckt euch das... ...Porkchop-Video an. Als Bonus-Material. Ich hatte eigentlich erst vor, was anderes zu machen. Aber das ist ja auch schön. Das passt ja vielleicht zeitlich sogar ganz gut. Okay. Macht's gut, liebe Freunde. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Guckt mal, das Dach sieht doch jetzt... ...richtig schicker aus. Schicker aus. Alles kein Problem. Das machen wir aber demnächst. Bye-bye. Tschüss. Schlaf gut. Tschüss. Schlaf gut. Kiit close. Raack get freezeãos. horizontal ab. Cre Redemann Kam".